Die Frau spricht, sie kaut Worte zur Mittagszeit. Halb eins, Smartphone am Ohr, so kennt man sie, so kennt der Himmel sie, der Hund an ihrer Seite. Der Hund lauscht nicht in Worten der Frau, er ist es gewohnt wegzuhören, bis sein Name fällt. Zum Dank nutzt die Frau keine Leine, lässt ihn laufen, den alten Racker, der den Weg kennt, jeden Weg, den sie gehen, aus dem FF.